Das kennt ja wohl jeder. Kurz mal nicht aufgepasst und schon verschwindet das Mobiltelefon unterm Autositz. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern auch damit verbunden, dass man sich meist unglaublich verrenken muss, um es wieder zu bekommen. Noch schlimmer ist es, wenn kleine Objekte, wie zum Beispiel Schlüssel, in die ungeliebte Spalte zwischen Sitz- und Mittelkonsole rutschen. Und genau für diese Probleme gibt es jetzt endlich eine Lösung. Nämlich Hermann. Witziger Name, praktisches Teil. Der Neoprenkeil wird einfach zwischen Sitz und Konsole geklemmt und schon kann da nichts mehr unterm Sitz verschwinden. Dank einer Neoprenoberfläche ist Hermann leicht zu reinigen und gleitet besonders gut in die ungewollte Lücke. Die Montage ist einfach und der Autositz ist weiterhin ohne Probleme zu verstellen. Alle Infos zu Hermann gibt es unter www.hermann-shop.at